Ah, da sind wir. Jetzt steigt auch die Aufregung. Spätestens, wenn ich in die Kabine komme, habe ich richtig Bock aufs Spiel. Der letzte Moment vom Spiel ist für mich immer eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude und dann geht's richtig los. Handball ist für mich Emotion, Entertainment, dann Sport genießen. Amit 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 Das war's für heute. Und hier sind sie unsere Heimelschaft mit der Nummer 12, Laura Malekmeier. Mit der 18, Laura Hauke. Mit der 2, Romy Allgeier. Die Nummer 5, Ebi Malsama. Neu für uns mit der Nummer 7, Ronja Meister. Die 8, Tarja Leis. Die 15, Katharina Goldhammer. Die 24, Leanna Heim. Die 26, Paula Schäufele. Mit der 44, Greta Fündling. Die 53, Liddy Allgeier. Und die 70, Fridericke. Fridericke, Entschuldigung, Jakobi von Wangelin. Für uns auf der Breta Wasser. 5, 4, 1. 5, 4, 3, 4. 5, 5, 4, 3, 1. 6, 5, 5, 4, 1. 6, 5, 1. 4, 3, 2, 3, 2. 6, 5, 4. 8, 2, 3, 1. Applaus 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 Das heißt, der Wettbewerb des Schwarmer Hammels ist der Wettbewerb des Wettbewerb des Wettbewerbs. Applaus Das 7 zu 3 für die Gäste aus Schoprach, Torschütze, die Spieler mit der 7.7, Lisa Lönig. Die Gäste werden weiter nach Trag betreuen. Das 4 zu 9 für den Teamerledigen. Gleich im Gegenzug erhöhte Schoprach auf 10 zu 4. Die Gäste ist auf Natascha Bebo. Kup, Kup! Oh mein Gott! Oh mein Gott! dice 0-1 die das ist ich sage, ich travelled die Jetzt ist die Spieler mit der 13, Aileen Bochardt. Sieben Eintreffen für die Gäste, Verführungsraten Nr. 9, Lara Beutle. Sie erhöht damit schon 15 Sekunden. Nr. 9, Lara Beutle. Griff für die Gäste von 16 zu 16. Das war's für die Gäste. Das war's für die Gäste. Das war's für die Gäste. Tore für die Schwaben Hommel. 8 zu 17. Das war's für die Gäste. Das war's für die Gäste. Das war's für die Gäste. Und mit der Halbzeit-Sirene Katharina Goldinger mit unserer Nummer 15 zum 10 zu 18. Und mit der Halbzeit-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene. Und mit der Halbzeit-Sirene-Sirene-Sirene. So, ich sehe gerade die Stimme über die Nummer 9 war erfolgreich Lara Stolte. Nächste Tor für die Gäste mit der Nummer 28, Elana Abarth. Und mit der Halbzeit-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene. Und mit der Halbzeit-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene-Sirene. Und mit der Halbzeit-Sirene-Sirene. Das war's für heute. Neuer Spielstand 14 zu 25. Neuer Spielstand 15 zu 25. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Applaus Das 8. Wachstum zu 16 für die Gäste der Spielgemeinschaft. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 29 zu 17. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Die Spieler von Nr. 15, Jadio Moral, gehören auf 30. Untertitelung des ZDF, 2020